Als der 20-jährige Muzo Toi am 22. Mai 1937 zu seiner Musterung geht, zerplatzt sein Zukunftstraum. Der Arzt diagnostiziert bei ihm Lungentuberkulose. Muzo will dies zunächst nicht wahrhaben. Ihm ist zwar bewusst, dass er lungenkrank ist, aber bislang war er in dem Glauben, es wäre Lungenkater. Nach seiner Ausmusterung besorgt er sich ein Jagdgewehr und übt damit jeden Tag. Toi wird 1917 im heutigen Tsuyama geboren und wächst zusammen mit seiner Schwester nach dem Tod ihrer Eltern, die beide an Lungentuberkulose sterben, als sie noch klein sind, bei ihrer Großmutter auf. Er beginnt ein Studium, doch nachdem seine Schwester heiratet, beginnt er, sich immer mehr zurückzuziehen und meidet die Öffentlichkeit. Schließlich beginnt er ein Verhältnis, doch nachdem er ausgemustert wird, verliert die Frau das Interesse an ihm. Außerdem gibt es einen weiteren Vorfall. Seine Großmutter vermutet, dass er versucht hat, sie zu vergiften und benachrichtigt die Polizei. Toi versichert, dass er seiner Oma nur das für ihre Magenbeschwerden vorgesehene Medikament gegeben hat und nichts anderes. Weitere Informationen, wie die Großmutter zu ihrer Vermutung gekommen ist, gibt es leider nicht. Zumindest erzählt sie ihren Bekannten, dass sie ihren Enkel nun immer genau im Auge behalte, wenn er ihr das Medikament gibt. Auch den Anwohnern des Ortes ist Muzo bereits aufgefallen. Es ist ihnen nicht entgangen, dass er regelmäßig mit seinem Gewehr trainiert und ihnen ist nicht wohl bei der Sache. Was sie nicht wissen, ist, dass der junge Mann auch eine Art Besessenheit für Sada Abe entwickelt hat. Eine Frau, die etwa anderthalb Jahre zuvor ihren Mann auf bizarre Weise getötet hat und dadurch für lange Zeit eines der Hauptthemen der Medien gewesen ist. Offenbar ist es Toi zunächst wichtig, in seinem Wohnort anerkannt zu sein. Scheinbar gab es in der Vergangenheit öfter Stromausfälle im Ort, die Toi zur Zufriedenheit der Anwohner beheben konnte. Am 20. Mai 1938 kappt er dann selbst eine Übertragungsleitung und verursacht dadurch einen Stromausfall im ganzen Ort. Doch keiner bittet ihn um Hilfe, um den Schaden zu beseitigen, so dass er mit dem Ausgang der Situation unzufrieden ist. Am frühen Morgen des 21. Mai 1938, fast genau ein Jahr nach seiner Ausmusterung und dem Erwerb des Gewehres, tötet er zunächst seine Großmutter mit einem Schwert. Danach befestigt er zwei Taschenlampen an seinem Helm und hängt sich eine dritte um den Hals. Mit insgesamt drei Schwertern und dem Gewehr bewaffnet, macht er sich auf den Weg durch das Dorf. Im Nachbarhaus tötet er eine Mutter mit drei Kindern. Auch im nächsten Haus trifft er auf eine Frau, die mit ihren beiden Kindern alleine ist. Auch sie fallen ihm zum Opfer. Als nächstes bricht er auf einem Bauernhof ein und erschießt das Bauernehepaar sowie einen Angestellten. Die Mutter des Bauern, die auch angeschossen wird, überlebt ihre Verletzung. Das vierte Haus, das er überfällt, gehört einer großen Familie. Er tötet die Eltern, den ältesten Sohn und zwei der drei Töchter. Die verbleibende Tochter kann aus dem Haus fliehen. Obwohl er bereits vier Häuser überfallen hat, hat bisher noch niemand etwas von Mutsoostaten mitbekommen, da er systematisch und geplant vorgeht und seine Opfer überrascht, so dass außer den Schüssen kaum Geräusche verursacht werden. Die Familie im nächsten Haus ist vorgewarnt, da die Tochter der zuletzt angegriffenen Familie dorthin geflohen ist. Die Mutter versteckt sie und ihr eigenes Kind in einer Luke unter dem Fußboden. Mutsoo dringt ins Haus ein und erschießt zuerst den Vater der Frau. Dann verletzt er die beiden Kinder, die er in ihrem Versteck findet, mit einem Schwert. Die Frau und beide Kinder überleben. Mutsoo ist bereits unterwegs ins nächste Haus, wo er eine alleinstehende Frau und ihre Mutter tötet. Mittlerweile hat er bereits sechs Haushalte überfallen, und insgesamt 15 Menschen, darunter sechs Kinder, getötet. Im siebten Haus kommt ein weiteres Ehepaar mit seinen beiden Töchtern dazu. Danach bricht er in das Haus einer Frau ein und tötet sie und ihre Tochter. Ihr erwachsener Sohn aber kann fliehen und gibt bei der Polizei im Nachbarort die erste Meldung über den Vorfall ab, wobei er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, dass noch viele weitere Familien betroffen sind. Währenddessen bringt der Täter eine sechsköpfige Familie, bestehend aus Großeltern, Eltern und Kindern, um. Er erschießt eine Frau, die durch ihr Fenster nach draußen auf die Straße schaut und bricht noch in ein letztes Haus ein, wo er ein Ehepaar erschießt. Die ganze Tat hat insgesamt etwa anderthalb Stunden gedauert. Anschließend geht Toi zu Verwandten im Nachbarort, um sich Schreibzeug auszuborgen. Seine Verwandten sind verwundert wegen seiner Erscheinung, stellen aber keine weiteren Fragen. Er wandert zu einem dreieinhalb Kilometer entfernten Gebirgspass, schreibt einen Abschiedsbrief und begeht Selbstmord, indem er sich mit dem Gewehr erschießt. Fast alle Familien des Ortes haben durch die Tragödie Verwandte und Angehörige verloren. Einige wurden komplett ausgelöscht. 30 der 111 Bewohner des Ortes sind bei dem Vorfall gestorben, darunter 10 Kinder. Toi hat 11 der insgesamt 23 vorhandenen Häuser überfallen. In seinem Abschiedsbrief drückt er Bedauern wegen des Todes seiner Großmutter aus und erklärt, dass alles aufgrund der Diagnose seiner Krankheit so gekommen sei und dass es ihm leidtue. Er schreibt von der Frau, mit der er eine Affäre hatte und die ihn später abblitzen ließ und er entschuldigt sich bei seiner Schwester. Er schließt mit den Worten, dass er sich sein Leben anders vorgestellt hätte. In den damaligen Medien wird ausführlich über den Vorfall berichtet. Und viele Filme und Anime enthalten Anspielungen darauf. Das Dorf Kayo in Tsuyama ist nach der Tat für lange Zeit komplett verlassen. Mittlerweile stehen an dem Ort wieder einige bewohnte Häuser. Das Geburtshaus von Mutsuotoi wurde im Jahr 2015 abgerissen. Bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Am 12. Januar 1948 sind zwei Polizisten nachts auf Streife in Shinjuku, als ihnen ein Mann auffällt, der mehrere Mandarinenkisten auf seinem Fahrrad transportiert. Bei der Kontrolle des Mannes stellen die Polizisten fest, dass sich in den Kisten die Leichen von fünf Säuglingen befinden. Die Kotobuki-Entbindungsklinik befindet sich in Tokio im Bezirk Shinjuku. Sie besteht seit 1944. 1948, kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, steht das Krankenhaus unter der Leitung der 51-jährigen Hebamme Miyuki Ishikawa, die seit der Eröffnung der Klinik dort beschäftigt ist. Auf den ersten Blick ist die Kotobuki-Klinik ein normales Entbindungskrankenhaus. Doch wer genauer hinschaut, dem fällt auf, dass das Personal sehr schnell wechselt und außergewöhnlich viele Krankenschwestern den Job bereits nach kurzer Zeit wieder aufgegeben haben. Nach der Entdeckung der Säuglingsleichen wird zunächst der Bestattungsunternehmer, der mit den Kisten unterwegs war, vernommen. Nach seinen Aussagen holt er regelmäßig eine größere Anzahl Säuglingsleichen gleichzeitig aus der Klinik ab. Der Bestatter wird wieder auf freien Fuß gesetzt und die Hebamme Miyuki Ishikawa, ihr Mann Takeshi, der selbst Polizist war und bereits im Ruhestand ist, sowie Shiro Nakayama, der als Arzt in der Klinik arbeitet, werden festgenommen. Infolge einiger Aussagen der Verdächtigen wird der ganze Stadtbezirk einer intensiven Durchsuchung unterzogen. Was die Ermittler finden, ist unvorstellbar. Die fünf Leichen in den Mandarinenkisten sind nur die Spitze des Eisbergs. Im Haus eines anderen Bestatters werden die Leichen von 40 Säuglingen gefunden. Weitere 30 Säuglingsleichen befinden sich in der Nähe unter einer Tempelanlage. Die Kinder sind fast alle an Vernachlässigung und mangelnder Nahrungsmittelversorgung gestorben. Einige auch an Erfrierungen und Lungenentzündungen. Die Klinik ist zwar medizinisch nicht besonders gut ausgestattet, verfügt aber zumindest über ausreichend Lebensmittel und Säuglingsnahrung, so dass man davon ausgehen kann, dass die Kinder nicht hätten verhungern müssen und somit ihr Tod bewusst herbeigeführt worden ist. Ishikawa beruft sich darauf, dass die Eltern für ihre Kinder verantwortlich seien und sie deswegen keine Schuld trage. Die Gesamtzahl der Kinder, die nachweislich unter Ishikawas Aufsicht gestorben sind, ist 103. Aber Schätzungen zufolge beläuft sich die wahre Zahl ihrer Opfer auf 170 bis 300 Kinder. Die meisten wurden gar nicht in der Klinik geboren, sondern wurden zur Behandlung von Krankheiten dorthin gebracht. Ishikawas Mann Takeshi ist die ganze Zeit lang im Bilde über die Taten seiner Frau und hilft dabei, die Babyleichen zu verstecken, genauso wie der Arzt Chiro Nakayama, der gefälschte Totenscheine für etwa die Hälfte der verstorbenen Kinder ausstellt. Er sagt später aus, dass die Kinder ihm von Ishikawa bereits in einem so schlechten Zustand übergeben worden seien, dass er sie nicht mehr hätte retten können. Somit seien die von ihm ausgestellten Totenscheine völlig korrekt gewesen. Warum er Ishikawa einfach mit ihren Praktiken weitermachen lässt, kann er damit allerdings nicht erklären. Miyuki Ishikawa wird 1895 in einem Dorf geboren und geht im Alter von 18 Jahren nach Tokio, um eine Ausbildung zur Hebamme zu machen. Dort lernt sie ihren Mann Takeshi kennen, den sie im Alter von 23 Jahren heiratet. Später leitet sie nicht nur die Kotobuki-Klinik, sondern ist auch Vorsitzende des Hebammenvereins vor Ort. Nach dem Bekanntwerden des Falles am 16. Januar 1948 erscheinen viele Mütter bei der Polizei, deren Kinder gerade in der Klinik behandelt werden oder dort bereits verstorben sind. Einige der Eltern der verstorbenen Kinder hatten das Gefühl, dass irgendetwas in der Klinik nicht in Ordnung war, haben dies aber nicht gemeldet, da sie keinerlei Anhaltspunkte oder Beweise hatten. Nachdem nun ihr Verdacht bestätigt wurde, sind viele der Eltern außer sich. Auch einige der Krankenschwestern, die kurzzeitig in der Klinik beschäftigt waren, bestätigen, von den Vorfällen gewusst und deswegen ihren Arbeitsplatz verlassen zu haben. Obwohl ausreichend Nahrung vorhanden war, durften sie den Babys nur die von Ishikawa streng eingeteilten Rationen geben und die Menge keinesfalls überschreiten. So können die Ishikawas sich an den Behandlungsgebühren der verstorbenen Kinder bereichern, die die Eltern pauschal im Voraus bezahlen. Offenbar wirbt Miyuki Ishikawa ausgiebig in Zeitschriften und Zeitungen für ihre Klinik und bietet Behandlungen für Säuglinge zu einem Preis an, den sich viele Familien im Vergleich zu den Preisen vieler anderer Kliniken leisten können. Die voraussichtliche Behandlungsdauer legt Ishikawa im Voraus fest. Die Eltern zahlen einen festgelegten Preis und lassen das Kind dann in Ishikawas Obhut in der Klinik. Mitarbeiter des Bezirksamts in Shinjuku, die die Todesurkunden entgegennehmen, geben später an, dass es ihnen schon aufgefallen sei, dass die Anzahl der verstorbenen Kinder in der Klinik sehr hoch gewesen sei, aber da die Dokumente in Ordnung gewesen seien, hätten sie keine Fragen gestellt. Auch weiteren Behörden fällt die hohe Anzahl der Todesfälle auf. Aber aufgrund der Echtheit der Sterbeurkunden sehen auch sie von weiteren Maßnahmen ab. Während ihres Prozesses gibt Miyuki an, dass die meisten Eltern in der Nachkriegszeit sowieso finanziell nicht in der Lage wären, für ihre Kinder aufzukommen und dass sie deswegen beschlossen habe, die Kinder in der Klinik zu töten. Darüber hinaus bleibt sie dabei, dass das Wohlergehen der Kinder in der Verantwortung der Eltern gelegen habe, die sich jederzeit um ihre Kinder hätten kümmern können. Sie kommt mit der erstaunlich geringen Strafe von acht Jahren Gefängnis davon, was mit daran liegt, dass es zu der Zeit in Japan noch keine geltenden Rechte für Kleinkinder gibt. Ihr Mann und Shiro Nakayama bekommen jeweils eine vierjährige Haftstrafe. Da sie Berufung einlegen, wird die Strafe für die Eheleute Ishikawa jeweils halbiert, so dass Miyuki schließlich nur für vier Jahre ins Gefängnis muss. Haltet ihr die Strafe für Miyuki für gerechtfertigt? Lasst gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da. Danke fürs Anschauen und bis gleich!